Ich sage, wenn ich eine Werknutzungsbewilligung erteile, schließe ich mich selbst nicht von der Nutzung aus und ich erlaube aber gleichzeitig meinem Vertragspartner, meinem Kunden auch nicht, dass er mit den Fotos machen darf, was er will, sondern ich sage ihm halt, er darf es auf seiner Homepage verwenden, er darf es in den sozialen Medien verwenden, er darf es auf einer Plakatwand drauf machen, aber ich erlaube ihm nicht, es weiter zu verkaufen, weiter zu veräußern oder weiter zu verschenken.